Moin zusammen, ich bin's wieder, euer Alex und heute sprechen wir über das neue Tesla Software Update, wie bereits im letzten Video angekündigt. Falls ihr das noch nicht geschaut habt, mein letztes Video, dann schaut da auf jeden Fall mal rein, dann seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. In diesem Video sprechen wir über die Version 2024.2.6 und da ich bereits im letzten Video alles über die ganzen Software-Versionen erzählt habe, fangen wir jetzt direkt an und schauen auf die Versionshinweise, gucken was es Neues gibt. So, hier könnt ihr es nochmal sehen, 2024.2.6, der aktuelle Stand und hier auch der aktuelle Hash, der jetzt ja in der App angezeigt wird, haben wir im letzten Video drüber gesprochen. Wir schauen direkt auf die Versionshinweise und sehen, dass sich hier etwas aufteilt und zwar einmal in die Version.2.6 und in die Version 2024.2.3. Diese Version hier, die stand mir schon letzte Woche zum Update bereit oder sogar vorletzte Woche, ich glaube es war letzte Woche zum Update bereit, aber da ich für euch erst das Video der letzten Version machen wollte, habe ich es entsprechend erst jetzt danach installiert. Allerdings gab es dann diese Version gar nicht mehr zur Installation, sondern ich wurde direkt auf die Punkt 2.6er Version gepackt, aber ich finde es ganz cool, dass Tesla das trotzdem in den Versionshinweisen noch aufsplittet. Natürlich hat man mit der neuen Version dann entsprechend auch die ganzen Änderungen der vorhergehenden Versionen. Interessant finde ich hier, dass das Sicherheitsfeature, was wir in der letzten Version, im letzten Video schon besprochen haben, hier nochmal explizit drin steht, obwohl das weiterhin unter der 2024.2er Version drin ist. Natürlich kann es sein, hier steht geschrieben, dieses Video enthält, äh, dieses Video, dieses Update enthält wichtige Sicherheitskorrekturen und Verbesserungen, dass hier nochmal Verbesserungen und Korrekturen vorgenommen worden sind. Ich schätze allerdings, das ist hier einfach nur ein Duplikat, weil das exakt gleich ist vom Wording, aber man weiß ja nie, deswegen hier nochmal die Erinnerung an alle, falls ihr dieses Update noch nicht gemacht habt. Es kann wirklich sein, dass das was Wichtiges ist, was Tesla hier gemacht hat und dementsprechend empfehle ich euch durchaus, dieses Update durchzuführen. Was haben wir dann hier? Zwei neue Funktionen, die sich hier in den Versionshinweisen erkennen lassen. Einmal die Erinnerung an das Einstecken zu Hause. Hier steht geschrieben, Erinnerung an das Einstecken zu Hause. Sie erhalten nun eine Erinnerung auf ihr Smartphone, ihr Fahrzeug einzustecken, wenn sie zu Hause mit weniger als der Hälfte ihres Lade-Limits parken. Um diese Benachtigung zu erhalten, müssen sie ihre Heimat-Adresse festgelegt haben und dort bereits aufgeladen haben. Der Standort ihres Fahrzeugs wird nicht an Tesla weitergegeben, siehe tesla.com slash privacy. Ja, also ganz cool. Ich persönlich muss sagen, ich habe damit nie ein Problem. Also ich stecke mein Fahrzeug immer an. Ich glaube, ich habe es noch nie vergessen einzustecken. Ich habe es einmal vergessen aufzuladen, als ich am nächsten Tag losfahren wollte, weil ich nicht das Lade-Limit richtig gesetzt hatte. Aber da hätte mir diese Erinnerung ja auch nicht geholfen. Also was das jetzt macht ist, mein Lade-Limit ist zum Beispiel auf 70% gestellt. Sollte ich hier also mit zum Beispiel 20% ankommen zu Hause, das ist weniger als die Hälfte des Lade-Limits, die Hälfte wäre bei 35%, dann würde ich eine Erinnerung auf mein Smartphone bekommen. Ich schätze, die bekommt man nicht, wenn man eh das Fahrzeug direkt in die Ladestation einsteckt. Persönlich kann ich euch nur empfehlen, und Tesla versucht das ja auch hier nochmal, glaube ich, etwas dezent zu kommunizieren. Wenn ihr zu Hause ankommt, Fahrzeug immer anstecken. Es ist das Beste für euer Fahrzeug, wenn es entsprechend an der Ladestation hängt. Dann kann es die entsprechende Batterie-Konditionierung und Batterie-Maintenance und was da alles drin hängt durchführen. Und dementsprechend ist meine und auch Teslas ganz klare Empfehlung, Auto immer anstecken, wenn es geht. Was ihr nicht machen solltet, das kennt ihr ja aber selbst aus dem Lademenü, euer Auto entsprechend immer auf 100% laden. Ihr seht hier ja täglich zwischen 50 und 80%, früher war es zwischen 50 und 90%. Darüber haben wir in einem der vergangenen Videos schon gesprochen, dass sich das geändert hat. Also da ist natürlich die Empfehlung, es nicht immer auf 100% zu packen. Das ist nicht gut für eure Batterie, außer ihr fahrt dann direkt los und habt es nicht lange auf 100%. Dann kann man das auch mal ab und zu machen, deswegen hier ja auch für Trips. Das ist also für euch die ganz klare und für uns alle eigentlich die ganz klare Empfehlung, außer ihr habt eine LFP-Batterie, nutzt eure Ladestation, wenn ihr dann eine zu Hause habt und ladet das Fahrzeug wirklich immer. Und meine persönliche Empfehlung liegt so um die 70%. Das ist eine super Reichweite, auch wenn man mal kurzfristig weitere Strecken fahren muss. Natürlich kann man das Ganze auch auf 60% oder sogar 50% lassen. Aber auch hier, wer sich das letzte Video von Engineering Explained oder eins der letzten Videos von Engineering Explained angeschaut hat, ich werde das mal oben rechts an den Videorand verlinken, der oder die hat vielleicht gesehen, dass es ein paar echt interessante Faktoren gibt, die zur schlechteren Alterung eines Fahrzeugs führen. Und auch eine interessante Sache ist, viele kleine Ladungen, also zum Beispiel von 70% auf 60% und wieder auf 70% laden, dann ist besser, als wenn man das Fahrzeug einmal wirklich runterfährt auf 20% und dann wieder auf 70% auflädt. Ja, also wie immer es sei, auf jeden Fall, ich habe es meins hier auf 70% und ich persönlich brauche diese Erinnerung nicht. Aber falls einige von euch diese Erinnerung brauchen, dann habt ihr sie jetzt und ihr bekommt sie eben, wenn ihr zu Hause ankommt. Ihr müsst natürlich einmal zu Hause geladen haben und eure Heimatadresse festgelegt haben. Das habe ich eh bei mir, denn damit kann man schneller nach Hause navigieren. Finde ich mega praktisch, weil man ja nur das Navigationsmenü so runterziehen muss und dann geht es entweder zur Arbeit, wenn man die Adresse eingestellt hat oder entsprechend die Heimatadresse. Deswegen empfehle ich euch, das auch zu tun. Und ja, tolles neues Feature vor allem und das spiegelt sich wieder so ein bisschen das auch, was wir im letzten Update besprochen haben, im letzten Video. Viele Features, die jetzt neu sind für Leute, die gerade ihr Tesla-Fahrzeug bekommen und vielleicht das nicht gewöhnt sind oder sich da am Anfang noch nicht so wirklich dran erinnern. Was haben wir da noch? Wir haben noch die Aktualisierung der geschätzten Batteriereichweite. Das finde ich echt spannend. Hier steht geschrieben, bei ihrer geschätzten Batteriereichweite werden jetzt zusätzliche Aspekte der Batteriealterung im Laufe der Zeit berücksichtigt. Ich weiß noch nicht, wo und wann das Ganze bei mir denn zum Tragen kommt. Offiziell habe ich das Update jetzt ja schon. Ihr seht hier oben, ich habe im Moment 328 Kilometer bei 69%. Ich habe gestern, bevor ich dieses Update gemacht habe, ein Foto gemacht. Und in diesem Foto habe ich genau auch 69% und da stehen bei mir auch genau 328 Kilometer. Ja, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, welche Reichweite oder wann sich diese Reichweite hier vielleicht aktualisiert, denn meine Batteriealterung, die ist ja auf jeden Fall jetzt schon, die müsste auf jeden Fall schon spürbar sein und ich spüre es ein bisschen. Dementsprechend sollte es schon etwas runtergegangen sein, meine Reichweite. Kann sein, dass das schon hier mit einkalkuliert wurde. Kann sein, dass man jetzt erstmal ein paar Strecken fahren muss, damit das sich entsprechend einpendelt. Kann auch sein, dass dies nur die Reichweite oder die geschätzte Reichweite ist, wenn man wirklich irgendwo hin navigiert, damit diese entsprechend richtig berechnet wird. Ich weiß es nicht ganz, Leute, aber bei meiner nun knapp fünf Jahre alten Batterie müsste eigentlich ein bisschen Alterung auch hier berücksichtigt werden. Von daher bin ich mal gespannt, was ihr über dieses Feature zu erzählen habt. Hat sich bei euch die Reichweite geändert? Würde mich sehr interessieren. Lasst gerne einen Kommentar unten in den Videokommentaren. Ja, und das war es dann auch schon mit allen neuen Versionshinweisen. Wie gesagt, ganz nett, dass hier Tesla mehr darauf achtet, neuen Leuten das Leben mit einem Elektrofahrzeug, insbesondere einem Tesla, einfacher zu machen und es auch allen bestehenden Leuten einfacher zu machen, mit der hoffentlich dann etwas korrekteren Reichweite. Denn gerade die, die hier oben angezeigt wird, die 328 Kilometer, die sind gerade in dem Wetter jetzt hier so bei 9 Grad und auf Autobahnreichweite nicht ganz realistisch. Würde ich jetzt die ganze Zeit mit 80 fahren, dann würde das durchaus hier eine realistische Zahl wahrscheinlich darstellen. Aber naja, was soll's. Gut, wir haben noch eine weitere Änderung, die schon unter meinem letzten Video in einem Kommentar erwähnt wurde und die ich auch schon online gelesen habe. Und es handelt sich hierbei um ein Feature beim DC-Schnellladen. Das wird mir hier nicht angezeigt, deswegen schätze ich mal, handelt es sich hierbei um ein Feature, was ausschließlich für Tesla Model 3 Fahrzeuge oder generell Tesla Fahrzeuge, die eine LFP, eine Lithium-Eisenphosphat, Lithium-Iron-Phosphate Batterie haben, handelt. Und zwar wurde mir hier netterweise von timmenzel3170 gepostet, als Fun Fact, unter meinem letztes Video in dem Model 3 LFP nur ein Hinweis. Wenn sie ankommen und die Fahrzeugbatterie beim Einstecken noch nicht ausreichend angewärmt wurde, sehen Sie nun die verbleibende Zeit zum Beginn des DC-Schnellladevorgangs. Also, echt ein praktisches Feature. Ich würde mir fast wünschen, das würden wir auch hier in meinem Fahrzeug, was keine LFP-Batterie hat, bekommen. Denn, naja, auch hier ist es so, wenn die Batterie nicht ausweichend vorkonditioniert wurde, dann dauert es auch ein bisschen, bis die richtige Schnellladung in Anführungsstrichen beginnt. Also, die Ladung beginnt manchmal schon vorher, nur nicht mit der vollen Geschwindigkeit. Es gibt im Lademenü öfter kleine Hinweise, gerade wenn man am Supercharger steht, wo dann steht, hey, das ist ein normales Verhalten, das jetzt hier nicht mit voller Geschwindigkeit geladen wird, weil die Batterie eben kalt ist oder weil sie noch nicht völlig aufgewärmt ist. Wenn man jetzt noch genau wüsste, wie lange das ist, die verbleibende Zeit, bis es wirklich beginnt, das wäre natürlich auch ganz cool. Aber ich schätze mal, das ist eher ein, in Anführungsstrichen, Problem für die LFP-Batterien, sonst hätte Tesla es wahrscheinlich hier bei uns auch eingebaut in unsere Fahrzeuge, die keine LFP-Batterie haben. Beziehungsweise, vielleicht kommt es ja auch noch mit einer neueren Version, mit der 2.7er zum Beispiel, die einige von euch schon erhalten haben. Und wenn das der Fall sein sollte, dann werde ich euch entsprechend in einem Video natürlich darüber informieren. So Leute, das war es von mir. Solltet ihr euch für eine Liste von allen Updates interessieren und allen Features, die ich jemals in meinem Tesla Model 3 Long Range Dual Motor von 2019 erhalten habe, dann klickt euch mal unten in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr einen Link zu einer Liste, die ich führe, komplett kostenlos. Könnt ihr einfach mal drin rumstöbern und vielleicht ein oder andere Features entdecken, die ihr ganz cool findet und gar nicht wusstet, dass es euer Fahrzeug gegebenenfalls hat. Und ansonsten möchte ich nur noch mal hervorheben, wie cool das ist, dass man in so einem Tesla-Fahrzeug, was jetzt ja wie gesagt schon 5 Jahre alt ist und es gibt ja durchaus schon ältere Tesla-Fahrzeuge als meins, immer noch die ganzen Updates bekommt. Ihr denkt vielleicht, ja das muss ja auch sein für ein Auto und in gewisser Weise gebe ich euch da recht. Auf der anderen Seite gibt es viele Smartphone-Hersteller, die erst jetzt angefangen haben, sowas wie 7 Jahre Software-Updates zu geben auf ihre Telefone. Beispielsweise hat das gerade Google und Samsung, glaube ich, gemacht und Apple ist ja schon längere Zeit dabei, lange Software-Updates zu geben. Es ist durchaus noch normal für andere Handy-Hersteller nur, in Anführungsstrichen, 2, 3, vielleicht mal 4 Jahre Software-Updates zu garantieren und hier in dem Fahrzeug bekomme ich sie schon jetzt deutlich länger, nämlich 5 Jahre lang und das ist wirklich cool. Ja, es ist was anderes, ein Auto ist deutlich teurer als ein Smartphone, aber dafür, dass andere Autohersteller im Endeffekt gar keine Updates oder wenn nur über einen Werkstattbesuch anbieten, möchte ich das echt nochmal hervorheben, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das von Tesla echt eine coole Leistung ist. Ich weiß nicht, alles ist perfekt. Die Scheibenwischer könnten manchmal besser funktionieren, der Fernlicht-Ablender-Assistent könnte auch manchmal besser funktionieren und auch Autopilot, da würde ich mir wünschen, ich meine, ich habe auch für Full-Self-Driving das Paket hier bei mir im Auto irgendwo mitbezahlt, dass wir auch endlich mal die Full-Self-Driving-Erfahrung wie in den USA bekommen. Trotzdem eine coole Sache, dass wir weiterhin diese ganzen Updates bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, da freue ich mich drüber und wenn ich auch einen Dislike, dann weiß ich, wovon ich mehr und wovon ich weniger machen soll und ich freue mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, solltet ihr es noch nicht getan haben, dann nach am besten auf die kleine Glocke drücken, dann verpasst ihr es nicht, wenn es neue Videos von mir gibt. Gut, ja Leute, der Batteriebau, den ich schon seit Ewigkeiten ankündige, der ist bereits im Gange, ich bereite gerade alles vor und dann wird es auch irgendwann mal hoffentlich die Videos darüber geben und bis dahin macht es gut, wir sehen uns im nächsten Video.